Hallo Fußballfreunde, hier ist Enno Enta und ich mache jetzt die Auswertung von den Partien, die Zerberzocker von der zweiten Bundesliga vorgespielt hat. Und hier sind sie. Bei Hamburg hat er den Sieger richtig getippt, bekommt daher einen Punkt. Bei Bochum gegen Köln hat er 0 Punkte bekommen, da es gar nicht gestimmt hat. Union Berlin gegen Erzgebirge Aue hat er recht gehabt, dass Union mit 1 zu 0 gewinnt und aber bekommt dafür drei Punkte. Und Dresden gegen Duisburg, dort bekommt er zwei Punkte, weil die Differenz stimmt und der Sieger. Das war's, bis zum nächsten Spieltag. Ciao.